Bei BILA ist wirklich nahezu alles möglich, wenn man motiviert ist und wenn man auch den Ehrgeiz mitbringt. Wenn ich an BILA denke, denke ich an die große Gemeinschaft. Obwohl es quasi ein großer Konzern ist, ist es auch ein sehr familiäres Verhältnis bzw. es ist auch ein sehr angenehmes Arbeitsklima. Am meisten Spaß macht mir die freie Zeiteinteilung, die freie Arbeitseinteilung, der Umgang mit den Menschen, das immer wieder kennenlernen von neuen Menschen, neuen Bereichen und das Hinschauen auf andere Perspektiven. BILA steht für mich für Offenheit, Lebensfreude und Genuss. BILA